Die Sonne geben ja Wimpsgefühle und ich glaube, das hat mir die ganze Zeit gefehlt, weil es in Deutschland so dürr war und es war Wind, also Herbst und es regnete und dann habe ich schon gedacht, okay, das waren wir sonst. Dann haben wir wieder Happiness gegeben und dann war es da einfach ein Fleck. Eine echte, voll deckt die Weise. Ich hoffe nochmal, dass die nächste Woche auch noch die Sonne in Deutschland scheint, weil sonst haben wir am nächsten Freirad nicht so eine Leistung von dir zu erwarten. Es war richtig, richtig toll. Aber ich muss wirklich auch sagen, das hat vorhin auch die Jury bemerkt, der Gesamteindruck, ja, fantastisch auch. Und Ella, du sowieso, muss jetzt sagen, ich als Zuschauerin der Show, ich erwarte von dir gar nichts anderes mehr. Ist aber auch irgendwie Druck, oder? Oh, du hast mich verkabelt. Nee, genau. Ja, also so langsam merke ich schon, dass ich jetzt nicht mehr unter so einer gewissen Energie auftreten sollte, aber ich habe auch nichts anderes vor. Es macht einfach unglaublich viel Spaß. Ich freue mich auf weitere Tänze, die kommen. Guck mal, da sehen wir deinen Tanz nochmal. Das stimmte wirklich alles. Ja, oh Mann. Manchmal fragt man sich so ein bisschen, was passiert da in dem Moment? Was kommt da aus einem hervor auf so eine Drehung? Das macht man nicht bewusst. Das kommt einfach aus einem hervorragenden Mann macht das nicht bewusst, aber du, ich wirst nicht bewusst machen, aber du machst das wahrscheinlich wirklich. Und 35 Punkte tatsächlich, also eigentlich nur 30, aber 15 von Lambi, gab es glaube ich auch noch nicht. Dein Papa war heute im Publikum, hat der vielleicht auch noch ein bisschen seinen Teil dazu beigetragen. Mein Vater unterstützt mich natürlich und er hat tänzerisch nicht viel beizutragen, aber musikalisch natürlich, weil er Musiker ist. Und er hat uns schon beim Samba geholfen, äh beim Salsa geholfen. Beim Samba hat er mich einfach alleine gehen lassen und das war gut. Ach, ihr seid toll. Ihr seid Genuss fürs Auge. Ich freue mich riesig auf euch in der kommenden Woche und ich freue mich auch auf Oliver Pocher, weil ich finde, der ist hier bei Let's Dance nochmal wirklich ganz besonders gut. Der toppt sich auch jede Woche wieder selbst, heute mit diesem Wahnsinnsgebiss. Und Raini Meißel hat ihn Backstage begleitet und auch da gab es noch ein paar Geheimnisse zu bekommen.